hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal ich bin wieder hot sky entschuldigt dass es ab und zu mal ein bisschen leckt aber ich bin dabei das problem zu beheben und dann habe ich festgestellt dass die map moffarm ziemlich viel lecks hervorruft ich muss mir da unbedingt einfallen lassen was ist neu wie gesagt ich habe schon mal rausgefunden dass die map farm dermaßen leckt mit meinen zuschauern im video danke der nachfrage so dass ich sehen muss dass diese map farm mal ausschalten also ich war schon spannend ich habe mehr köpfe als ich überhaupt jemals im spiel brauchen werde aber ich kann es euch gerne mal zeigen ja da seht ihr schon wie gleich sobald man in die neben ob vom kund vielleicht sollte ich da die weiter weg bauen ich kann nicht meine kiste aufmachen stack weiße köpfe also die bringt nicht nur die mobbarm deshalb sollte man vielleicht die mobbarm erst mal eine weile ausschalten ich hoffe sie hat mir auch enderperlen gebracht dann brauchen wir die jetzt voller sie nicht mehr also wenn ich mir jetzt nur alleine den loot der köpfe angucke und da kommt dann wieder mehr nach da liegt noch ein haufen loot drin da werden wir mal dass die fps bilder öfter werden wird verschwinden ja hier habe ich schon mal angefangen berg zu bauen damit hier langsam mal ein bisschen was normales menschliches reinkommen ja ja dann werde ich sehen dass ich eine andere mobfarm baue weil die ist dermaßen ich glaube ich glaube nicht mal meinen reaktor macht so viel lag 4 fps lohnt sich aber gut das sollte glaube ich an dieser mobbarm liegen das müssen wir uns mal überlegen oder wir müssen wieder auf dem server umschalten wenn meine haus geht irgendwie dermaßen wenn meine haus geht irgendwie dermaßen aber gut ja die körperlich werden wir jetzt mal aber auch haben wir jetzt nicht irgendwie lesen dass diese mi systeme dermaßen flex hervorruft das sollte vielleicht auch mal den nix packen müssen ja jetzt kommt die stimme wir müssen nochmal da hin das sollte vielleicht auch mal den nix packen müssen jetzt muss ich mal gucken ob der enderklärung hier kommen wird aber das sollte ich noch nie geben noch mal den nix packen müssen das sollte ich auch nicht geben Was brauchen wir um Ender-Broom zu machen? Oh, ich hab's noch mal was anderes aber auch noch ein anderes und eher lieber Perlen äh 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 ä ä und brauchen wir kurz den Tier 4 und ändern einen Chance ähm ä ä ä von von Okay, ready there we are. So we should not see your eyes. Das war schon 100% Das war auch geografisch Wir legen es auf Hühnchen an. Ich brauche nicht, dass wir irgendwo diese Schanzen haben. Ich brauche ihre Massenware. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Wir haben eine Möglichkeit Enderperlepflanzen zu machen. Wir machen es über Hühnerdruck. Geht es über Hühnerdruck? Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Ich brauche nicht. Und Netherwatt. Aber Netherwatt. Aber auch nicht. Ich brauche nicht. Wir müssen Lodaro erstmal Hühner schüchten. Das heißt wir müssten so oder so auch ins End. Also wir haben die Möglichkeit in den Bühnen, allerdings muss ich für das Nether-Wazen erstmal in den Nether. Kakaobohnhuhn und Klosterhühn. Dann haben wir den Nether-Wazenhuhn. Ein rotes Huhn und ein grünes Huhn. Dann haben wir Kakaobohnhuhn. Wir haben rote Hühner. Wir haben aber keine grünen Hühner. Jetzt brauchen wir grünen Kackstoff. Und die kriegen wir aus Kakteen. Wo bringen wir Kakteen her? Kakaobohnhuhn. Das geht nicht aus. Hmm Hmm, ab da Nein Ich bin wieder kaputt Ich bin da Du bist cool mit von mir Ich brauche etwas Hättest du heute wieder hinten kommen? Nein, geht gerade nicht Was ist dort mal alles gut? Ja, die Rücken ist nicht, ich frage nicht 1 Sekunde, der auf Stopp drückt Du bist Opa Ich werde Opa, na danke Du sagst mir die Uhrzeit In 1 Sekunde In 1 Sekunde werde ich Opa nachher Herzlichen Glückwunsch Kürbiskerne habe ich Lodenkerne habe ich Ich habe keinen Karpios Das gibt es doch wohl nicht Was ist das? Opa, Portana Portana würde Karko spielen Aber ich hätte keinen Wissen für Portana anpacken Ja Kakaobo Erst weiter, wenn du mit Dachet bekommst Ich krieg hier keinen Kaktus Erst sei denn, ich fang mit Botania an Ich wollte nicht mit Botania anfangen Obwohl ich beim See doch eigentlich Kaktus rausbringen müsste Ich fahre, ich fahre, ich fahre Wer ist, ihr seht Man kann doch nicht so verzweifeln, wenn man gegen Kaktus geht Ich fahre, ich fahre This time In hoher Botania muss ich auch erstmal Es gibt auch keine Samen für Kaktus Doch, es gibt Kaktus und Kaktus Samen Ich würde gerne noch Kakaobohnen So, jetzt gucken wir nochmal nach Irgendwie muss es doch grün gehen Gut, mein Monitor ist abgeschlossen Vielleicht bei dem Für sie wenigstens nicht wie lange der Video läuft Los ver chill Wettest du mit, ihr geht nosso Zell Ich glaube wir brauchen eine weitere Masse. Wir brauchen eine weitere Masse. Gut. Sollte das Video zusammen oder zu kurz werden, entschuldige mich schonmal. Wir brauchen rote und für rote und orange. Einmal einscannen die Blühnchen. Dann muss man doch mit rote Anfangen. Einmal Wein. Es geht in der Blühnchen. Oh no. Die Blühnchen, die Blühnchen, die Blühnchen, die Blühnchen, die Blühnchen. Die Blüh, die Blüh, die Blüh. dann wird das Problem übrig und wird in dem Fall jetzt der Totane anfangen ich habe hier eine kleine die wir haben jetzt wir versuchen die Also, wenn wir noch mehr Das wäre ja so dumm Geld geben Ohne was ernten können Beziehungsweise brauchen wir einfach nur Geld Ich hab doch Geld Braucht doch nicht Geld Ich hab doch Geld Ich hab doch Geld Ich hab doch Geld Und müsste ein Mutterhaus Hühnchen machen Oh, da hat sich auch gelbe Hühnchen Roter Hab ich auf jeden Fall Machen Ich hab gelbe Eier Ich hab doch gelbe Eier Ich hab keine gelbe Eier Ich hab noch ein Geld Eier Ich hab noch gelbe Eier Ich hab noch kein Geld Ich hab noch Tönerzucht Die brauchen wir ja nicht mehr. Ich sehe jetzt schon wieder die roten Blumen, eh wieder die gelben Blumen. Wie gesagt, werde ich jetzt mal was machen. Ich glaube, ich werde die Muskeln wieder abbauen. Soll ich bohre eine Kleinwurz? Ich weiß nicht mehr so nicht. Da muss ich mal aufs Grün gucken. Ist schon mal klar, wie hat soviel losgebracht. Kommt wieder raus. Jetzt können wir jetzt 2 Eifel machen. Das geht super. So, jetzt haben wir wieder zu aggern. Ich habe, wie ich da habe. Und ich bin, wie ich bin, wie ich bin. Ich bin, wie ich bin. Ich gehöte, dass das Ganze nicht mehr ab. Wo ist das Ganze? So. Warum nicht die Laufssonen? Jetzt habe ich auf dem zweiten Monitor kein Bild mehr. Jetzt habe ich auf dem zweiten Monitor kein Bild mehr. Jetzt habe ich wieder werbe. Nicht blöd. Blau. Wir haben das. Stimmt. 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 4 Das ziehen wir jetzt herunter, dann können wir die Küken in Zukunft auch schneller Wir werden sie nämlich noch öfter brauchen Ja wie man sieht, geht das jetzt schon ganz wirklich Und dann wollte ich ja so einen Strom ohne Leser machen können Das ist ein bisschen, das würde mit Britannien kommen und Britannien kommen, weil sie wirklich fällt Und das war der erste Mal Wenn wir hier noch was los nehmen Ich kann nicht so das dauern. So. 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 Was muss ich jetzt? Das ist bei dem Rest doch sicher geworden. Wollen wir mal? Nein. Nicht. und Wir werden das mit oder von den Zergast. Wir ändern einfach. Und das kann doch jetzt sein, wenn wir hier mal ein enemy verbrauchen werden. und die 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 wie kannst du das? wie kannst du das? aber auch nicht Die Mediator-Lite. Der Gold ist nur ein Blödsinn. Jetzt noch ein Blödsinn. Hier noch ein Blödsinn. Einmal für den Weg. Einmal für den Weg. Da liegt alle noch mit einem Vertrauen. Also, ich hoffe jetzt, dass das ein Kürzchen für den Zuschauer muss. Überall leckte der Macht. Warte. So, haben wir den noch ungefressen. So, wir haben den noch einhauen. So, ich habe eine Axt und... Und hier machen wir uns eine Axt. Dann sollten wir den haben. Ich hätte gleich 2 machen sollen. Ich brauche noch meine Finger sind da. Ich hätte nicht nur noch das Hotel. Wo war wo war er? Das ist jetzt da. Ich werde den ersten. Wollen wir uns 2 machen? Das fehlt mir jetzt fast. Das fehlt mir jetzt. Das fehlt mir jetzt. Das fehlt mir jetzt. Ich würde ja nicht sagen, aber irgendwie. Ich nehme mir in die Worte. Ich wollte mal hier wegfliegen. So, ich nutze mir jetzt die Hand an, nein. So, ich bringe nochmal unser Handchen durch weg. Das sind wir eben noch, wenn ich die Hand lassen würde. So. 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 Stadt. So. courtora. So. 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 Ich habe das noch einen Schlamm. das ist der Sinnohan ein bisschen beim ich bin der wöch 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 So, irgendwo ist es jetzt noch. Und dann wird er doch fertig und wie im zweiten. Das wird ihn schon mal ein Problem weniger erwarten. Und dann wird er noch ein Problem. Das deckt jetzt immer wieder in die Ömne. Das ist komisch. So, die macht mir mal der deck ist da. und dann machen wir uns auf das schnelle E-Mits die stelle ist nicht mehr. noch nicht zu mir haben. Ich bin mit dem Traber. Ich bin mit dem Traber. Ich bin mit dem Traber. Ich habe noch einen Schirr. Ich habe noch einen Schirr. Ich habe noch einen Schirr. noch ein paar 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 9 9 10 10 10 11 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 15 15 14 10 15 15 15 16 17 15 19 16 15 20 So Leute, also ich hab jetzt dafür gesagt, dass wir hier wieder strom haben. Ja, ich wollte das einigermaßen aufgeladen gerade, mit dem man so jemand mir jetzt erzählt hat, wie spät es ist, so wie fest sich da jetzt zu wirken, mal aufhören. Wie gesagt, ich werde mal darum kümmern, dass da noch ein paar Teile davon bauen werden. Und wir sollen mal dafür, dass dieser Gläser definitiv jetzt verschwinden. Und ich denke immer, dass wir auch schon mal weniger, ob wir es noch nicht haben. Aber wie gesagt, die haben wir uns gerade aufgeteilt und erst gleich bei den Moppa. Wie gesagt, da mache ich mir meinen Kopf um. Vielleicht brauchen wir mal eine andere. Das ist definitiv klein. Ich weiß nicht, ob wir nicht klauen. Ich weiß nicht, ob wir nicht klauen. Nein. Wir sehen uns auf einmal noch einiges. Wir sehen uns auf. Auf screen werde ich noch mal sehen ob ich die Modfarm nicht modifizieren kann. Schon mit den selben Sachen. Also wird schon weiter der Keller da bleiben und werden auch weiter die anderen drin bleiben. Aber wie gesagt, das ist irgendwie auch ein bisschen sehr krass was die Modfarm rauskommt. Ob wir jemals so viel Loot brauchen werden glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben dafür eine Million in folgen ausgesucht. Na gut wir haben jetzt dafür gesagt dass der Strom schon mal fliegt ohne dass hier was ist. Wir haben angefangen mit Brutania auch wenn es noch nicht so viel ist. Dann werde ich ausgehen auch weiter spielen damit wir weiterhin an Farben kommen. So. Damit würde ich mal vorschlagen. Wir beenden. Die Folge damit ist bestimmt schon viel zu lang. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich übermorgen. Alles klar. Bye bye. Ciao. Ich bin Röhrhaus. So. Nachdem wir wieder Musi-Tabrik können wir es anders ausmachen. Ich bin Röhrhaus. So. Ich bin Röhrhaus. Ich bin Röhrhaus.